Der nächste Song heißt Pulle, holt mal alle die Mittelfinger raus. Geht so gegen die Koks und so. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Steppers an, der hat nen Stock gemarscht. Könnt ihr nicht mal freundlich sein, wenn man sich in die Zelle kackt? Denn die Bösen sind nicht wir, wir sind friedlich, was seid ihr? Pulle! Und dann schlägt mich dieser Keller ein, geht dieser Frontera entführt von Santiago. Lamina, Lamina! Der Pündnis von der Abendsorte, ja da fehlen hier die Worte. Geisen sind ihm egal. Die Wurzel ist dein Beserker, denn du lachst alles im Kerker. Pulle, Pulle. Lach doch etwas mehr. Es ist noch nicht zu spät, steigert eure Qualität. Manchmal stinkt eure Arroganz bis zum Himmel hoch. Und ihr wollt so dringend Akzeptanz. Ich mein ja nicht alle von euch. Und dann schlägt mich dieser Keller ein. Gefäßert von Lamina, entführt von Santiago. Weißt du uns raus in Fabio? Der König ist von der Abendsorte, ja da fehlen hier die Worte. Geisen sind ihm egal. Die Wurzel ist dein Beserker, wenn du lachst alles im Kerker. Gleich kommt der Wassererfahr. Wo soll das alles enden? Wir machen uns noch Sorgen. Polizei Willkür, Pullen vor die Tür. Wir sind friedlich, was seid ihr? Polizei Willkür, Pullen vor die Tür. Wir sind friedlich, was seid ihr? Und wie sie wieder aussieht. Alles voller Scheiße, werft die Kacke in wenig. Die Taschenwaffe, denkt an meine Worte. Wir sind friedlich und was seid ihr? Aua, aua, aua. Hey was, hör da, hör da. Aua, aua, aua. Aua, 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 aua. Sauber, klasse. Aua, aua, aua. Fickt euch. Diesen Song spielen wir am Sonntag bei der Polizeidemo 21 Uhr vor den Kopf. Seid dabei und zieht Live-Aktion. Oh ja, ich bin dabei. Den fühl ich richtig. Nehmt alle Kacke mit und schniert die ins Gesicht verkratzen soll. Ich geh extra nochmal auf Kartoffelbild. Ha, ha, ha. Schmeckt. Schmeckt sehr schön. Ha, 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 ha. Na ja, übrigens. Ich wollte mir gerade auch eine Iga da vor euch hat mir da vorher einen Koks gegeben. Mahlzeit. Huh. Das nächste Lied heißt. Na, gönn dir, ha. Ha, 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 ha. Ah, klar. Wieder, da waren wir die kurzen Stats. Oh, da entspann ich mich schonmal ein bisschen, ha. Der Boden voller Bierdosen, alles sind schon müde. Siehst alle den Spider-Man. Die Energie, das volle Adrenalin, wir wollen noch etwas ziehen. Doch keiner hat hier Geld, wir wissen noch zum Feld, eine mühsame Welt. Wenn jemand bestellt und der Kosten fällt, es hat hier niemand Geld. Doch jemand ruft ihn an, weil er es einfach kann. War eine scheiß Idee, wir sind voll pleite. Huh. Hast du die Kohle? Wir sind voll pleite. Der Mann mit dem Koks ist schon da. Wer ist denn dein Name? Das ist... Retard, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Dicker, das seh ich ja. Retard, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Bruder, das seh ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Oji mit dem Koks bestellt? Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ja. Ja, nein, nein. Danke schön. Ah, richtig geil, Digga. Wuh, 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 wuh. Jetzt tut mal alle eure Arme ausweiten. Ich will ein Kill von Ratschip. Alle, alle Arme ausweiten. Dann bewegt euch vor der Bühne so ein bisschen im Kreis. Bewegt euch einfach während dem Lied. Das nächste Lied heißt 99 Schwerverbrecher. Viel Spaß. Und jetzt wieder Spiderman. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017